Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Meditation. In den nächsten 5 bis 10 Minuten kannst du abschalten vom Alltag, ein bisschen Urlaub machen vom Alltag. Du musst jetzt nichts leisten, es wird nichts von dir erwartet, du musst an nichts Bestimmtes denken. Du kannst dich einfach gerade mal ein bisschen freimachen von deinen täglichen Verpflichtungen und in der Meditation ein bisschen ballastlos werden. Lege oder setze dich für diese Meditation bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun einmal tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus und lass los. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem, beim Ein- und Ausatmen. Ein und Aus. Ein und Aus. Und spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Sollten Gedanken aufkommen, dann halte mich an ihnen fest. Lasse sie einfach wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme und deinen Atem. Wir werden nun zu Beginn noch einmal die Vier-Stufen-Entspannung machen, die du auch jederzeit wunderbar in deinen Alltag integrieren kannst. Entspanne dazu als erstes deine Stirn. Entspanne als zweites deinen Kiefer. Lass den Kiefer locker. Entspanne nun deinen Bauch und damit alle deine inneren Organe. Deine nackten Füße spüren den warmen Sand. Und entspanne als viertes deinen Po. Lass den Po locker. Lass ihn los. Und vor deinem inneren Auge siehst du nun einen schönen, weißen Sandstrand. Deine nackten Füße spüren den warmen Sand. Und schau dich erst einmal um. Du bist ganz allein an diesem wunderschönen Strand. Weißer Sand. Palmen. Rieche die salzige Luft. Und genieße einfach diesen Moment der Stille und Friedlichkeit. Und dann spaziere ein bisschen am Strand entlang. Und dann spaziere dich einfach nur auf diesen Moment. Und das Glücksgefühl, das jetzt erleben zu dürfen. Und in der Ferne siehst du zwischen zwei Palmen eine Hängematte hängen. Und auf diese gehst du jetzt zu. Und setz dich dort hinein. Und jetzt schwinge ein bisschen vor und zurück. Spüre diese kindliche Freude dabei. Und du merkst, wie der Wind jetzt ein wenig auffrischt. Es ist immer noch warm, aber ein wenig windiger. Und stell dir vor, wie dieser Wind jetzt alles Belastende davonträgt. Er durchspült deinen Geist. Er durchweht dein Herz, deinem ganzen Körper. Und trägt alles Alte, alles Belastende fort. Weg von dir. Weg von diesem ruhigen, entspannten Ort. Dein Geist wird durchwirbelt von diesem Wind. Und alles Schlechte wird fortgetragen. Jeder negative Gedanke wird aus deinem Geist geblasen. Der reinigende Wind durchströmt auch dein Herz und regt alle negativen Gefühle weg. Auch Gefühle, die sich vielleicht im Bauch festgesetzt haben, werden einfach davon gewesen. Spüre, wie frei du dich jetzt fühlst. Wie leicht. Atme einmal ganz tief ein und aus. Und spüre diese Erleichterung, all das Belastende gerade losgeworden zu sein. Und dann stehe wieder aus der Hängematte auf. Geh noch ein wenig am Strand lang spazieren. Spüre die Sonne auf deiner Haut. Höre das Rauschen der Wellen. Spüre den warmen Sand unter deinen Füßen. Und dann stelle dich darauf ein, in wenigen Minuten ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Atme noch einmal tief ein und aus. Und nimm diese Gelassenheit, diese Ruhe und diesen Frieden mit in deinen Alltag. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch das Gefühl der Entspannung. Solltest du dir noch mehr Meditationen von mir wünschen, dann kann ich dir sehr meine Meditationskurse empfehlen. Jeder meiner Meditationskurse besteht aus sechs Modulen, geht also sechs Wochen. Und du bist ganz flexibel in deiner Zeiteinteilung. Du kannst mit Meditationskurs 1 starten. Dort lernst du als Anfänger zu meditieren und dir eine Meditationsroutine zu schaffen. Meditationskurs 2 und 3 enthalten dann wiederum weitere neue Meditationen Tipps und Input rund ums Meditieren. Neue Ansätze zu meditieren. Und du kannst dir auch dort wieder sechs Wochen Zeit für dich nehmen. Für zwei, drei Meditationseinheiten in der Woche. Natürlich mit Kurzmeditationen, die perfekt auf deine Mama-Alltag abgestimmt sind. Den Link zu meinen Meditationskursen findest du unter diesem Video in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.